Hallo und willkommen zu Paralyze. Es ist ein Indie-Game über das Schlafen bzw. eine Schlafparalyse und was habe ich gelesen? Luzides Träumen. Hier von dem Damen hier. Ich vermute mal, die verarbeiten damit irgendwelche Erfahrungen. Deswegen. Warnung. Oh, es wird laut. Und passiert, naja, passiert auch waren Geschehnissen. Alles klar. Ich drücke. Okay. Oh, wir liegen im Bett, natürlich. Wo sonst? Oh, hier. Was ist hier los? Ich kann mich nicht bewegen. Oh, nee, ehrlich. Tatsache. So wie es aussieht, kann ich nur meine Augen bewegen. Okay. Naja. Das sieht aus wie mein Schlafzimmer. Warum steht denn der Stuhl so komisch da? Das ist aber... Was war das? Holy. Okay. Danke. Das nennt man einen Jumpscare. Holy. Puh. Okay. Okay. Oh, habe ich gerade meine Hand bewegt? Oh, Holy. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, wie denn? Geht ja nicht. Das Licht, das Licht. Leid. Ja. Ich muss aufstehen. Oh. Hä? Oh, wow. Das bringt's, Leute. Das bringt's. Okay. Hallo? Das Licht. Oh, oh, oh. Oh. Ja, aber können wir denn das Licht auch machen, wenn wir schlafen? Oh. Ich kann gar nicht sicher jetzt. Oh, schön. Oh, jetzt geht... Was? Warum bin ich jetzt zurück? Oh, ähm... Weil du immer noch schläfst. Ich kann mich schon wieder nicht bewegen. Das Licht... Okay. Oh. Oh. Ich wickel, Alter. Ich wickel schon. Mach das mal ohne. Kann ich das... Hallo? Oh. 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 Are you afraid? Nö. 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 Überhaupt nicht. Nö. Ey, ich bin total relaxed. X4 What's- Was hat das mir aufgefallen? Nö. Christian, der ist mir aufgefallen? Schau doch mal, ne guck doch selber dahin, ich will nicht. Guten Tag, High Five. Überraschung, danke schön. Ein Keks wäre mir lieber. Oh, ich habe es voll genossen. Gehen die auch wieder weg. Hallo, guten Tag. Wo ist dein Freund, Mr. Bear? Äh, da drüben. Da. Okay, ich muss jetzt das Licht anmachen. Ich kann das nicht, aber ordentlich zu treffen. Oh, ich kann mich wieder rutschen. Oh, ja, okay. Alter, was haben die Mädels für Träume? Was kommt da los? Oh, ich bin aufgestanden. Nochmal dasselbe Spiel. Ja, das Licht. Okay, das Licht. Ja, das Licht. Zack. Oh, leider. Nochmal. Echt jetzt? Warum? Ich weiß es doch nicht, Mann. Ich habe das Spiel nicht entwickelt. Ich kann mich schon wieder nicht bewegen. Ja, bitte? Ist das meine Pizza? What the hell? Oh, bitte keine Brokkoli-Pizza. Ein Keks? Käsekuchen? Mutti? Mutti? Deswegen habe ich immer eine Decke. Hallo? Überraschung? Oh, surprise, surprise. Oh, nicht Zwinker, Junge. Bitte. Hä? What? What war denn, bitte? Was ist da gerade runtergefallen? Die Perspektive ist schwierig. Ich jetzt? Ich dich nicht? Und nun? Oh. Holy. Okay. Alles gut. Ich bin total entspannt. Oh, nee. Was ist das denn? Ja, wir treffen uns endlich. Wir treffen uns. Ich freue mich. Kommen Sie mal ran, Junge. Oh, Mann. Oh, Scheiße. Okay. Okay. Mädels. Ihr solltet mal zum Arzt gehen. Das ist nicht gut, wenn man sowas sieht. Hallo. Oh, Alter. Echt jetzt? Du bist mein schlimmster Alper. Oh, Alter. Nicht die Zunge. Nicht die Zunge. It's okay. Ich bin entspannt. Alles gut. Ich sag Bescheid, wenn der Klapp spricht. Also, der Stuhl ist schon blöd, ne? So, wie der da steht. Oh, jetzt haben wir auch noch einen Asthmaanfall. Oh, nice. Entspann dich. Alles gut. It's okay. It's nice. It's nice. Ja, das Licht. Okay. Auf zum Licht. Oh, wir sind wach. Jo. Es ist vorbei. Wir sind wach. Oh, guck mal her. Schön. Okay, wir gehen mal runter, um was zu trinken. Okay. Gehen wir. Also, da wird schon aber auch erhalbt. Wollen wir griechen, da? Ja, da. Please open the door. Oh. Okay. Ja, ich warte. Was kommt jetzt? Ist es wirklich vorbei? Äh, I hope so. Jo. Okay, Mädels. Aber ich hoffe, ich habe das jetzt verarbeitet, ja? Dass wir jetzt wieder schlafen können. Das war echt interessant. Jetzt gibt es noch Schlagparalyse. Ähm, und du ziehst es Träumen, aber das bleibt bei mir nicht so. Aber okay, war interessant. Kurz. Aber interessant. Mein schlimmster Albtraum? Ladebildschirm. Ja. Ja, der Ladebildschirm. Definitiv. Aber cool. Okay, dann sag ich mal, ähm, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal vielleicht wieder bei einem süßen kleinen Minigame. Bye, bye.